Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, am Donnerstag ist es ja soweit, dann kommt der neue Jagdpass ins Rennen oder das neue Update. Scorched Earth, also verbrannte Erde, ich kann das Wort nicht aussprechen. Nennen wir es einfach mal verbrannte Erde. Verbrannte Erde, ich kann auch nicht mehr Deutsch reden, oh Gott. Und auf Twitter, ihr könnt mal in der Videobeschreibung gucken, auf Twitter habe ich da eigentlich so alles repostet, was Dauntless so von sich gegeben hat. Und da sieht man zum Beispiel auch das Bild, das ihr jetzt im Hintergrund seht. Also es wird wahrscheinlich die neue Eskalation oder der Boss der Eskalation wird so ein Feueraffe, Feuergolem, Golemaffe, was auch immer. Wir werden es genau sehen. Man sieht es halt nicht 100% genau. Es sieht alles ein bisschen steinig aus, aber das kann natürlich auch täuschen. Es könnte ein Fell sein, könnte einfach so eine kleine Falle sein, weil man nebendran alles mit Steinen und so sieht. Und man denkt dann, ja gut, der muss jetzt auch Stein haben. Das kann einfach ein Fell sein, ein weißes als Beispiel. Das muss gar nicht so jetzt steinig sein. Aber das werden wir sehen, ist auch völlig egal. Ich möchte nur sagen, dass ich auch Sachen, die ich jetzt wieder gehört habe, die sind nicht verbrieft. Das ist kein Steingolem, nicht verbrieft. Das ist nur eine Silhouette, die so aussieht. Es kann auch was ganz anderes sein. Also es kann, wie gesagt, ein Affe sein, der einfach nur in dem Moment hier ein bisschen steinig aussieht, weil er halt gleich eingefärbt wird. Holt mal Super Mario und färbt ihn so ein. Dann sieht der halt auch so aus. Dann denkt man auch, der ist aus Stein. Das meine ich damit. Ja, und dann habe ich auf Twitter, das ist natürlich wieder ein super Start, Monty, ohne Witz. Dann habe ich auf Twitter noch verlinkt, man sieht aus dem neuen Jagdpass auch schon die neuen Waffen, die da mit am Start sind. Und ja, jetzt sehe ich gerade hier die Kettenklingen, das läuft gerade so vor mir ab. Ich kann es leider hier ins Video nicht einbauen, da es ein Video von Dauntless selbst ist. Guckt einfach mal auf Twitter vorbei oder auf Instagram, da werden die das sicherlich auch gepostet haben. Oder guckt auf meinen Seiten vorbei, dort habe ich es dann dementsprechend verlinkt. Sind auf jeden Fall ganz nice. Heiße Waffen sieht auch so, wie kann man das beschreiben, auch so wie Federn oder sowas würde ich fast sagen an den Waffen aus. Also so edel mit Federn Look, so kann man es beschreiben. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall sind es ganz nette Waffen, wollte ich euch nur Bescheid sagen. Ja, und da haben wir schon kurz über den neuen Boss gesprochen. Oder halt das Bild, das wir da gesehen haben, das man unterschiedlich interpretieren kann. Es wird auf jeden Fall bestimmt ein lustiger Kampf und ich freue mich tierisch drauf. Und jetzt geht es noch darum, um den Prestige Jagdpass, denn der kommt zusammen mit Verbesserungen an EP und Kopfgeldjagden. Ich lese euch das hier ein bisschen aus den News vor und werde dann immer so ein bisschen mein Statement dazugeben. Mit dem Update Verbrannte Erde am 19. März werden wir die Möglichkeiten zum Verdienen von Jagdpass EP erweitern. An einer Reihe von Kopfgeldzielen schrauben und den Tresor veröffentlichen. Eine neue Möglichkeit, um nach Jagdpass Level 50 noch Belohnungen zu verdienen. Okay, also es wird bis Level 50 ganz normal, was heißt ganz normal? Man wird bis Level 50 leveln können, so wie man es bis heute kennt. Und ab Level 51, 52, 53 bekommt man immer wieder die gleiche Belohnung. Darauf wird gleich auch noch eingegangen und da hören wir gleich noch ein bisschen was dazu. Ja, Jagdpass Prestige mit der Ausnahme von einem oder zwei Bonus-Events hat jeder Jagdpass auf Level 50 geendet. Wenn du es bis ans Ende geschafft hattest, hast du deine Belohnungen eingesagt, vielleicht noch ein paar Transmogs ausgewechselt und dann nie wieder über diesen Jagdpass nachgedacht. Aber mit Einführung des Prestige Jagdpasses weiten wir die Jagdpass Belohnungen über Level 50 hinaus aus. Ja, dann sieht man da so ein Bildchen. Ich denke, ich habe euch das jetzt auch hier ins Video geschnitten. Und dann sieht man halt oben den Basis Jagdpass und unten den Prestige Jagdpass oder wie er heißt. Weiß ich nicht, darauf gehen sie jetzt noch ein, also lese ich es besser mal vor. Ja, jegliche Jagdpass-EP, die du nach Level 50 verdienst, zählen jetzt für die Prestige Level des Jagdpasses. Jedes abgeschlossene, da ist mein Mauszeiger drüber, jedes abgeschlossene Prestige Level gibt dir Tresormünzen, eine neue Währung, die speziell für Prestige Spieler entworfen wurde. Und jetzt nicht durcheinander kommen, ich lese schon die ersten Kommentare. Prestige Spieler, sind das nur die Payer und so weiter? Ja, jetzt kommt die Beantwortung. Wenn du auf dem Gratis-Pfad des Jagdpasses spielst, bekommst du eine Tresormünze pro Prestige Level. Also du machst Level 51 sozusagen, das wird wahrscheinlich nicht so gewertet. Einfach nur Level 50 plus X und dann machst du den nächsten Level nochmal 50 plus X und so weiter. Also einfach der 51. Level wird immer wieder wiederholbar sein. Ich denke, da wird man auch nicht mehr EP oder ähnliches brauchen. Oh Gott, mein PC dreht hier durch. Also ihr werdet einfach nochmal wie die Quest, die wir jetzt gemacht haben, da mit den 200 EP. Ich weiß natürlich nicht, wie viele EP sie da wollen. Moment mal kurz. Meine Boxen haben gemurrt. Ich hoffe, wir haben da jetzt kein technisches Problem. So, und wo war ich jetzt da gewesen? Also wie gesagt, auf dem Gratis-Pass kriegen wir diese eine Münze pro Prestige Level und Upgrade. Zum Elite-Pfad bekommst du vier zusätzliche, zusätzliche, insgesamt also fünf Tresormünzen pro Level. Also du machst den 51. Level, so nenne ich den jetzt mal. Der braucht 100 oder 200 XP oder was auch immer er an XP braucht. Ja, und das kann ich euch natürlich nicht sagen, ob sie das verändert haben, ob das bei 100 bleibt oder nicht. Und dann verdient man halt auf dem Gratis-Pfad eine Münze und auf dem Prestige oder wie nennen sie hier Elite-Pfad, da bekommt man halt fünf Münzen. Das mal dazu. Gut, das ist der fünffache Wert. Das ist natürlich schon krass. Da müssen wir halt mal gucken, okay, was kosten die Sachen dann da aus diesem Tresor. Ja, der Tresor. Sobald du dir ein paar Tresormünzen verdient hast, wirst du einen Ort brauchen, wo du sie ausgeben kannst. Hier kommt der Tresor ins Spiel. Dieser prestigvolle neue Shop aus dem Jagdpass-Menü zu erreichen, ist der Ort, um schwer zu findende Gegenstände aus vorangegangenen Jagdpässen in die Finger zu bekommen. Das beinhaltet alles von kompletten kosmetischen Rüstungssets bis hin zu seltenen Emotes oder Waffenskins. Ja, ist eigentlich ganz nice. Muss man sich dann mal angucken. Ja, und da gibt es immer drei Basis-Sachen, die man sich praktisch kaufen kann und zwei Elite-Sachen. Wie kommt das jetzt zustande? Das werden wir jetzt auch noch lesen. Wenn du auf dem Gratis-Pfad unterwegs bist, kannst du zwischen drei klassischen Gegenständen entscheiden. Während Slayer, die den Elite-Pfad beschreiten, aus zwei zusätzlichen, insgesamt also fünf Gegenständen wählen können. Und falls dir die aktuelle Auswahl nicht gefällt, gibt dem Ganzen ein wenig Zeit. Wir werden jede Woche neue Schätze einwechseln. Ja, klingt für mich eigentlich halbwegs fair. Ich weiß, ich kenne schon die ersten, die jetzt aufschreien, aber denkt mal logisch. Natürlich, im ersten Jagdpass werden sie das jetzt so machen. Da werden wir rechts, also auf dem Bild werden die das dann hoffentlich erkennen, rechts sieht man dann so zwei goldene Dinge. Das ist so ein Ankunfts-Emote, den man sich auch teilweise mal teuer kaufen musste. Ja, oder hier sieht man, glaube ich, das Piraten-Outfit und diese Schleim-Ankunft, wenn ich es jetzt hier richtig sehe. Und links sieht man dann irgendwelchen anderen Kram. Jetzt ist halt die Frage, bleibt links immer irgendwelche andere Kram, also wirklich nutzloses Zeug, irgendwelche Waffenskins, die nicht schön aussehen oder sonst irgendwas. Und rechts immer irgendwelche Emotes. Gut, okay, dann kann ich es verstehen. Aber es sollten links, also bei den Basiselementen, auch mal Emotes, Ankünfte oder sonst was, vor allem Ankünfte oder Rüstungssätze oder sowas kommen. Und vor allem irgendwann müssen sie es ja auch mal durchwechseln. Und dann spart einfach, ihr müsst sie ja nicht direkt ausgeben, ihr könnt die Marken ja behalten, die Tresormünzen, spart sie euch auf, Level 51,1, Level 52,1 sozusagen. Ja, und irgendwann habt ihr dann auch mal 15 oder was zusammen oder 50 oder was auch immer. Und dann kommt vielleicht mal ein richtig cooler Emote oder irgendwas richtig geiles nach links. Und dann kauft ihr euch halt dann einfach ein bisschen Geduld oder nicht einfach, ich denke mal, die Payer, also so wie ich auch einer bin, der sich immer den Pass kauft, der wird es wahrscheinlich so machen, will sich immer alles direkt freischalten und kaufen, wenn das überhaupt möglich ist. Wir kennen die Preise noch gar nicht, aber halt möglichst schnell alles kaufen. So wird mal mein Anspruch sein, wahrscheinlich, bin mir nicht mal sicher. Vielleicht mache ich es aber auch so, dass ich einfach mal spare und sage, mir gefällt hier gar nichts. Ich spare es mir einfach mal auf und warte einfach mal ab, bis was Geiles kommt und dann kaufe ich es direkt. Und genauso können das halt auch Leute machen, sage ich mal, die jetzt hier nicht payen. Wenn ihr payt, denkt bitte an meinen Creator-Code Montix. Ja, und ja, gut, zu der jetzigen Zeit natürlich Corona und so, habe ich ganz vergessen zu sagen, ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht und auch, dass ihr euer Geld, sage ich mal, zusammenhaltet oder auch für, ja, ist jetzt ein bisschen doof gesagt, aber dass ihr jetzt nicht vielleicht hier fürs Game einfach so die Kohle rausknallten. So, bedenkt immer, was vielleicht in zwei, drei, vier Wochen oder Monaten abgeht, auch richtig Richtung eurem Job und so. Deswegen überlegt euch schon ganz gut, für was ihr jetzt Geld ausgebt. Wenn ihr genug habt oder sagt, nee, komm, ich glaube daran nicht oder ich will meinen Spaß in der Zeit haben und ihr möchtet euch hier so einen Pass und so weiter kaufen, wie gesagt, dann könnt ihr gerne an den Creator-Code Montix denken. Ansonsten habe ich auch für alles Mögliche hier Verständnis und hoffe, ihr seid bei bester Gesundheit. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Wollte ich eigentlich unbedingt. Habe ich mal aber nicht aufgeschrieben. Und es ist vielleicht auch ganz gut, das nicht immer so als erstes Ding so im Kopf zu haben. Noch sind wir fast alle gesund. Der Prestige Jagdpass ist nicht die einzige Änderung am Jagdpass. Wir arbeiten außerdem daran, den Weg bis Level 50 zu verkürzen, wie mit zwei neuen Quellen für Jagdpass-EP und Verbesserung an Kopfgeldjagden. Neue EP-Quellen ab Donnerstag, dem 19. März, kannst du Jagdpass-EP verdienen, indem du einfach auf Jagden gehst. Das bedeutet, dass jede abgeschlossene Verfolgung, Patrouille, Eskalation oder Prüfung, ausgenommen die viel zu leichten Jagden auf junge BMOvs, zum Fortschritt für deinen nächsten Jagdpass-Level beiträgt. Wie viel Erfahrung wirst du für jede Jagd bekommen? Das hängt davon ab, wie viel du dir selbst abverlangen willst. Schwere Jagden, zum Beispiel Prüfungen, Heroisch Plus, belohnen dich mit mehr Jagdpass-EP als leichtere, zum Beispiel Brandpatrouillen, normale BMO-Verfolgung. Also ist es für gewöhnlich, in deinem besten Sinne, äh, Interesse, dir etwas Herausforderendes auszusuchen. Ist natürlich auch richtig geil für die Leute, die Prüfungen machen oder Heroisch Plus laufen. Das war vorher auch manchmal meine Überlegung. Komm, lauf lieber was Leichtes, das zehnmal. Da hast du deine Kopfgeldmarke da abgeschlossen, dein Kopfgeld da abgeschlossen. Und, ähm, ja, jetzt ist das nämlich viel geiler, wenn ich dafür auch noch zusätzliche EP bekomme. Also wenn das sich ein bisschen verschiebt. Es wird sich ein bisschen verschieben. Warum, werdet ihr gleich hören. Vielleicht denkst du jetzt, aber ich kann noch nicht einmal eine Schreckenspatrouille legen. Wie kann ich mit Slayern mithalten, die schon Heroisch Plus BMOvs zerstören? Mit dem Update Verbrannte Erde kannst du Jagdpass-EP aus Kampagnen-Quests verdienen. Und nicht zu wenig. Jede abgegebene Quest bringt dir 100 EP ein. Genug für ein komplettes Jagdpass-Level. Also hier sagen sie eigentlich, okay, ein Jagdpass-Level bleibt bei 100 EP. Ist nur die Frage, ist der Level 51, also dieser Prestigel-Level, ist der auch noch 100 EP? Oder wird der 200 oder sowas sein? Werden wir sehen. Wahrscheinlich wird er 100 sein, ne? Aber trotzdem. Werden wir sehen. Und hier ist es halt für die Leute im Midgame oder ganz am Anfang halt super geil. Die machen irgendeine leichte Anfangsquest. Die ist hier für die nicht leicht, ist schon klar. Und machen halt direkt ein Level, wo wir vielleicht dann 10 Heroisch-Patrouillen laufen müssen und immer 10 XP bekommen oder sowas. Jetzt nur als Beispiel. Ja, Kopfgeldjagden und Marken. Und wie spielen Kopfgeldjagden da rein? Mit zwei neuen Quellen für Jagdpass-Erfahrung im Spiel, Quests und Jagden, werden wir die Anzahl an Kopfgeldmarken verringern, die du pro Jagdpass erhältst. Statt jeden Pass mit 10 kostenlosen Marken zu starten, wirst du jetzt mit 4 anfangen. Genug, um eine Handvoll Kopfgeldmarkenkarten zu ziehen. Ne, eine volle Hand halt eben nicht, aber egal. Marken werden auch nicht von BMOVs mehr fallen gelassen. Warum? Wegen Balance. Mit einer potenziell unendlichen Zufuhr an Jagdpass-EP aus Jagden, wirst du diese ganze Kopfgeldjagden gar nicht brauchen, um auf Level 50 zu gelangen. Und du bekommst immer noch 2 kostenlose Marken pro Tag. Ich höre schon die ersten Aufschreien und so weiter, aber seid doch mal ehrlich, wenn man es sich mal so umrechnet, wenn man jetzt eine Jagd hat, selbst so eine 100er Jagd, so eine Kopfgeldjagd 100, also 100 EP, und dann stand da Kille 10, heroische BMOVs oder irgendein Quatsch. So, und jetzt bekomme ich vielleicht auch 10 XP, allein schon dadurch, dass ich sie einfach nur jage. Und dann habe ich ja eventuell sogar mehr. Also die Kopfgeldjagden, so schreiben sie das auch gleich noch weiterhin, gelten eher als Bonus. Du sollst dich eher freuen, wenn du was ziehst, was dir Spaß macht, oder sollst nur noch das ziehen, was dir generell Spaß macht. Und wenn du eine goldene ziehst, sollte sich das wirklich besonders anfühlen, so von wegen, wow, ich mache 2 Level statt einem auf die Tour, aber einen mache ich auf jeden Fall, alleine durch meine Jagden. So habe ich das mal verstanden, und so finde ich es eigentlich auch gut. Weil es gab schon etliche Male, wo dann die Leute irgendwas zocken mussten, oder, oh, ich muss irgendwas aufsammeln gehen, und so, und hatten darauf eigentlich gar keinen Bock, aber mussten das machen, um im Jagdpass dann aufzusteigen. Also so finde ich es auf jeden Fall besser, dass man generell für alle Tätigkeiten im Spiel einfach seine Erfahrung bekommt, seine Münzen da sammeln kann, und so weiter und so fort, und das Kopfgeldsystem eher darüber gestülpt ist, und nicht vorne dran steht, wenn ich das jetzt so richtig erklärt habe. Außerdem haben wir an den Kopfgeldjagden geschraubt, zum Beispiel wirst du für Kopfgeldjagden, für die du Dinge sammeln musst, wie zum Beispiel Zornwurz oder Himmelsblüten, nicht mehr ganz so viel sammeln müssen. Du musst auch nicht mehr ganz so viele Patrouillen gehen. Also alles ein bisschen vereinfacht, sage ich mal. Die Idee dahinter ist, dass sich jede Kopfgeldjagd nach einer vertretbaren Wahl anfühlen soll. Wenn du eine Hand mit einer Patrouillen... Oh, jetzt bin ich voll erschrocken. Ja gut. Wenn du eine Hand mit einer Patrouillen-Kopfgeldjagd, einem Sammel-Kopfgeldjagd und einem Kopfgeldjagd mit dem Ziel, Behemoths zu erledigen, ziehst, sollte es sich so anfühlen, als würdest du dich für deine Lieblingsaktivität entscheiden. Nicht, als müsstest du die beste Karte aussuchen. Genau, das ist das, was ich meine. Also einfach das holen, was einem Spaß macht, und das war es, weil die Haupt-EP sozusagen jetzt über die Jagden kommt und nicht mehr über die Dinger da. Dann wird man sich ja auch überlegen, wird sagen, oh, jetzt muss ich da überall Zornwurz sammeln, hab gar keinen Bock drauf und so. Und nö, ich mach lieber die Jagden und da bekomm ich ja schneller EP, also brauche ich Zornwurz nicht zu machen. Für die Botaniker unter uns, die sagen sich, oh, ich will eh gerade die ganzen Sachen farmen, super geil, nehme ich das. Versteht ihr so ein bisschen, wo ich hin will? Aber nicht so wie es früher war, dass manche Kopfgeldjagden sich wie Nieten angefühlt haben oder man Waffen spielen musste, auf die man einfach null Bock hatte. Ich fand es zwar eigentlich cool, dass man so ein bisschen getrieben wurde, auch andere Waffen zu spielen, aber vielleicht nicht so stramm. So wie es jetzt ist es vielleicht dann besser. Man hat eh die Kopf, man bekommt eh die EP und wenn man zum Beispiel Ack spielen muss und gar nicht will, kann man es mal machen und es lohnt sich auch, wenn man dann noch die zusätzliche EP bekommt und es macht irgendwie Spaß. So wollen sie es auch angucken. Sie schreiben auch weiter unten, dass sie sich da Änderungen vorbehalten. Und zu guter Letzt haben wir daran gearbeitet, dafür zu sorgen, dass seltene Kopfgeldjagden sich als ihrer Seltenheit als würdig anfühlen. Eine goldene Kopfgeldjagd zu ziehen, sollte sich nach einem Sieg anfühlen. Das klingt ganz klar nach Dropchance verringert. Also wir werden nicht mehr so viele Goldjagden sehen. Ganz klar aus dem Grund, weil es dann viel zu schnell ginge. Wahrscheinlich, also ist ja klar jetzt. Das ist übrigens nicht das Ende der Justierung. Wenn verbrannte Erde am 19. März erscheint, werden wir die Kopfgeldjagd weiterhin im Blick behalten und nach Bedarf anpassen. Wir wollen daraus das beste, ausbalancierteste System machen wie möglich. Also lass uns wissen, wie es sich anfühlt, sobald der neue Patch live geht. Wir sehen uns Slayer. Ja, klingt doch eigentlich ganz cool. Und jetzt auch generell so die News sozusagen Richtung verbrannte Erde, Richtung Scorched Earth. Keine Ahnung. Scorched Earth. Klingt eigentlich gut. Also wir sehen auf jeden Fall neuer BMW, neue Rüstung, neue BMW Arten wegen den Modifikationen. Wir sehen hier diesen Tresor, Quatsch, diese Prestige Jagdpass mit dem Tresor Shop sozusagen, wo wir immer noch mal neue Sachen kaufen können. Ist auf jeden Fall mal richtig nice und wird richtig Spaß machen, dass die Eskalation jetzt mit rein zählt in die Jagdpass EP, die es zu verdienen gibt. Ist auch super geil. Hier ruhig plus und so weiter. Dass es da jetzt Bonus EP, also Jagdpass EP zu verdienen gibt, ist richtig cool. Wir sehen beim Basis, also ich wiederhole nochmal alles so kurz, beim Gratis Jagdpass sozusagen, gibt es immer eine Münze, plus vier weitere, also insgesamt fünf, wenn man sich den Jagdpass gekauft hat, den Prestige Jagdpass, wie heißt da, Elite Jagdpass oder Elite Pfad, also fünf dann. Jo, es klingt eigentlich alles für mich nach sinnvollen Änderungen, auch für Leute, die nicht payen, die einfach sagen können, okay, ne, ich spare mir meine Marken auf und mache das dann später. Es klingt eigentlich alles ganz gut. Wir werden es sehen, wie es dann im Spiel umgesetzt wird. Ich bin auf jeden Fall gehypt, finde das super geil. Es sind schöne Änderungen, macht sicherlich wieder Laune und ja, vielleicht bringen sie ja bis zum 19. noch was raus, was vielleicht noch ins Spiel kommt. Wir wissen es ja nicht. Ich bin auf jeden Fall mal auf die Patch Notes gespannt und im Moment überschlagen sich ja fast die Ereignisse. Fast jeden Tag kommt ja irgendwas. Oh, übrigens noch das. Oh, übrigens noch das. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht noch was sehen oder ob es dabei bleibt. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch was. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.